Yo, moin Leute, war's diesmal wieder hier am Start und so, äh, mein Name ist YouTube Gamescom, auf der Playstation 3 RK, der junge Zocker, und ich habe heute ein Sniper-Gameplay für euch vorbereitet, 100% Deutsch, und, äh, zocke heute eine Magic Olli, und, ja, ist das schon Level 45, ich bin erstmal Level 17, habe eigentlich auch wenig Zeit zum, zum Zocken, weil ich ja Koch vom Beruf bin, das wisst ihr ja alle, und jetzt hat, hat er gesagt, hey, wollen wir snipen, und jetzt kommt's, Leute, ich bin in richtig Loser im Snipen, muss ich wirklich mal so sagen, ich kann, ich kann wirklich nicht snipen, und das werde ich euch einfach mal präsentieren, aber vielleicht wird sich das erinnern, vielleicht bin ich doch nicht so schlecht im Snipen, äh, das verstehe ich auch nicht, hab glaube ich die falschen Perks dabei, äh, guck mal einfach mal, muss ich ihn aber erstmal lokalisieren, den, den wunderbaren Magic Olli, so, ah, what the fuck man, ja, ist halt voll schistiger, äh, hier müssen Ihr müsst mich bitte warnen, guckt schön auf dem Bildschirm, und wart mich einfach, ich weiß, es bringt nichts, aber trotzdem, wart mich einfach, wenn ihr, wenn ihr den Olli seht, okay, so könnt ihr es natürlich auch machen, so, der Magic Olli hat einen Kill geschafft, sehr schön, natürlich, ich hatte keine Chance, er kam von hinten, Digger, aber, so, da hinten schießt er schon, oh, Magic Olli, Oh, 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 oh Wenn ich noch einen Ass im Ärmel hätte... So, ich weiß, der ist dann lang gelaufen... Erster rein, erster hoch... Oh, Magic Olly, nein! Wo bist du hin, Digga? Die werde ich noch in der Luft zerreißen, die gar nicht glaubt mir das. Boah, das Problem ist, den jetzt zu finden... Ja, Magic Olly, es tut mir wirklich leid, aber ich wollte wirklich jetzt auch mal einen Kill machen hier. Ich weiß, es war Sniper, aber Messer ist halt dabei, da kann ich nichts dafür. So, jetzt werden wir das mal regeln. Ah, Digga, willst du mich abschniken? Nicht mit mir. So, gucken... Wo ist er denn? Ah, unten! Ah, nicht schlecht, Digga, nicht schlecht! Alter, du hast echt gute Augen, Digga, das wäre mir nicht aufgefallen. So, das ist ein sehr schlechtes Gameplay jetzt. Schlechte KD habe ich... Ah, ich habe voll die falsche Sniper, Digga! Jo, sorry Digga! Was hast du denn dabei gehabt? Ach so! Die Armbrust... Ja, die werde ich jetzt mal schön nehmen, weil... Ah, Nachtsichtmodus hat er sogar dabei gehabt. Oder... Wobei, jetzt hat er wahrscheinlich wieder die, ähm... Ding dabei, die... Die Armbrust, gucken wir mal. DICKER! Der will... Der will nicht sterben! Boah, Digga! Boah, der hat mich erwischt, Digga! Boah! Also, ich glaube... Deut Leute... 4 Abschlachtungen! Er steht 4 zu 2, kann man sagen. Wenn ich jetzt noch 4 zu 4 raushole... Oh, das wäre geil! Da hinten ist er gerannt, da hinten ist er gerannt... Ah, wo ist er jetzt hin? Kann ich den eigentlich auch erwischen? Oh! Headshot! Schön in die Rübe rein! Oh! Das war aber nicht gut! Bin ich tot, DICKER! Boah! Mama Mia! Magic Olli! Was machst du? Mann, Mann, Mann! Da hab ich aber echt nie draufgepasst! Ich... Ich los hier richtig ab, Leute! Bin hier am Ablosen! Komm schon! Komm schon! Ah, Digga! Boah, Digga! Okay, Digga! Wir tanzen, Digga! Oh, was machen wir denn jetzt? Au, du Arsch, Alter! Wah! Ich hab dir vertraut! Ich dachte, du schießest mich nicht, Alter! Oje, oje! Okay, Leute! Ich sag nur tschau! Bis zum nächsten Mal! See you later, Alegeda! Ich muss jetzt das Spiel leider verlassen, weil ich noch mit anderen Leuten zocken muss! Und sag nur tschau! Bis dann! Euer YouTube Gamescom! Aaaaah! Böhm, Digga! Böhm! Jo! Das war's! Von eurem YouTube Gamescom! Und von eurem Magic Olli! Ich weiß! Ich war nicht ganz fair! Aber... Ich denk mal, das ist nur ein Spielchen! Ups! Komm, der noch Sniper! Ach, schade, Digga! Also! Bis dann! See you later, Alegeda! Warte! 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 Alter! Was ist los? Ups! Leute! Ich hab nicht auf den Aus-Knopf gedrückt! Das werde ich jetzt nachholen! Ich hab nicht auf den Aus-Knopf gedrückt! Ich hab nicht auf den Aus-Knopf gedrückt! Ich hab nicht auf den Aus-Knopf gedrückt!